Sei gesegnet, heute am Sonntag. Und damit herzlich willkommen zur Atempause der täglichen Online-Bibelese-Anlacht mit dem Herzen im Himmel und beiden Beinen auf dem Boden. Wie schafft man es durchzuhalten, wenn die Umstände schwierig sind, wenn die Probleme, die Not, die Krankheit und über den Kopf wachsen? Wenn die Parolen, halte durch, die wir uns sagen lassen oder uns selber sagen als Selbstaufforderung, halte durch, wenn wir spüren, das reicht womöglich nicht. Wie schaffen wir das durchzuhalten? Wie kann durchhalten gelingen, dass wir dabei nicht scheitern, dass wir dabei nicht vor die Hunde gehen, dass wir uns nicht einen Alpdruck auferlegen, dem wir nicht gerecht werden können? Diese Fragen beantwortet der Psalm 84, den wir heute am Sonntag, den 8. April, miteinander lesen wollen, gemäß des ökumenischen Bibellese-Planes, Psalm 84, 1 bis 13. Und ich habe das Thema gewählt, wie durchhalten gelingt. Das ist wirklich spannend. Und da lohnt es sich, hineinzulesen in das Wort Gottes und daraus zu lernen. Ein Psalm der Korachiter vorzusingen auf der Gittit. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zeberort! Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und meine Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zeberort, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da, Sela. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durch dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zeberort, höre mein Gebet, vernimm es Gott Jakobs, Sela. Gott, unser Schild, schaue doch, sieh an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gotteshause, als wohnen in den Zelten der Frevler. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zeberort, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Wie war unsere Frage nochmal? Wie durchhalten gelingt? Und hier finden wir im mittleren Teil dieses Psalms heute ganz erstaunliche, inhaltsreiche, auch vergleichsreiche Antworten, die uns eine echte Hilfe werden wollen. In Vers 6 zum Beispiel. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Die entscheidende Frage ist ja, wenn wir so vor Problemen, Nöten, Fragen, Zweifeln, Krankheit, Kraftlosigkeit, welche Art von Not es auch sein mag, stehen, dann ist ja das große Fragenzeichen, wem soll ich jetzt noch vertrauen? Wenn man an die eigenen Grenzen kommt, wenn man merkt, ich schaffe das nicht, ich komme hier wirklich an meine seelischen Grenzen, an meine körperlichen Grenzen, vielleicht komme ich auch an meine intellektuellen Grenzen, dass ich nicht mehr weiß, wie ich Dinge verstehen und einordnen soll, dann ist ja die Frage, wie geht es weiter? Und da könnte man sich zum Beispiel auf andere verlassen und sagen, mein Ehepartner wird es richten oder mein Pastor wird es richten oder mein Therapeut wird es richten. Und wir können unsere Hoffnung auf einen Menschen setzen, vielleicht auch auf einen guten Freund oder einen Ratgeber. Damit könnten wir uns auf dünnem Eis befinden, weil auch andere Menschen haben ihre Grenzen und wenn wir uns wirklich mit Haut und Haaren auf andere Menschen verlassen, dann könnte es uns auch passieren, dass wir verlassen werden. Das muss nicht so sein und Leute zu haben, die einem wirklich helfen wollen und wirklich helfen können, ist richtig und gut. Aber hier steht etwas anderes. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Da geht es um Gott. Die dich für ihre Stärke halten, die wissen, es liegt nicht an meiner Kraft. Es liegt an seiner Kraft. Und die deshalb immer wieder mit geöffneten Händen, mit leeren Händen, mit vertrauensvollen Händen vor Gott stehen und sagen, Herr, füll du mir meine Hände. Sie sind leer. Ich habe nichts mehr, mit denen ich sie füllen kann. Wenn wir uns in der Not, in der Verzweiflung, in der Aussichtslosigkeit an Gott wenden, dann öffnet sich da ein Fenster in die Ewigkeit. Auf einmal ist Gott da. Er hat andere Möglichkeiten. Er ist nicht begrenzt. Er ist in der Lage zu helfen. Er kann Menschen in Bewegung setzen und Mittel in Bewegung setzen, von denen ich gar nichts weiß. Und die aufrichtige Bitte zu Gott um Hilfe. Die aufrichtige Bitte, Herr, zeig du mir den Weg. Herr, ich weiß nicht mehr weiter. Herr, hier sind meine leeren Hände. Bitte fülle du sie neu. Diese aufrichtige Bitte wird Gott nicht ungehört sein lassen. Also das ist das eine. Sich nicht selbst für die eigene Stärke halten und auch nicht andere Menschen, auch wenn sie eine bestimmte Rolle spielen mit der Hilfe Gottes in unserem Leben. Sondern unser Herz festmachen in Gott und sagen, ich vertraue dir. Mein Herz öffne ich dir in all dieser Not und all dieser Verzweiflung. Und dann lesen wir weiter in Vers 7. Wenn sie durchs Dürretal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Das ist eine unglaubliche Aussage. Es ist so in Israel, dass es zwei große Regenzeiten gibt. Das eine ist im November. Das ist der sogenannte Frühregen. Und dann gibt es den sogenannten Spätregen. Das ist nach dem Winter. Das ist im März bis Mai. Und diese beiden Regenzeiten regeln das ganze Agrarleben und so weiter. So. Und wenn man den Spätregen rum hat, dann ist es Mai, Juni. Und dann kommt Juni, Juli, August, September, Oktober, bis dann endlich im November es wieder anfängt zu regnen. Und diese Dürre ist unendlich lang. Und es wird richtig knochentrocken. Die Erde trocknet aus. Und es gibt viele Quellen, die versiegen. Und überall da, wo Zisternen waren, wo sich Wasser gesammelt hat, das ist alles dann verdunstet und nicht mehr da. Das ist das Bild, von dem der Psalmist hier spricht, wenn er sagt, wenn sie durchs Dürretal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund. Wow, das ist eine Aussage. Man befindet sich mitten in einer Dürresituation und in dieser Dürresituation findet man Wasser. Wenn wir mit unseren Möglichkeiten am Ende sind, wenn wir auch die Begrenztheit der Möglichkeiten anderer vor Augen haben, dann erleben wir so etwas wie die Segnungen in der Tiefe. Nämlich, dass wir Gott vertrauen lernen, dass wir uns ganz auf ihn werfen. Und auf einmal wird dieses Fenster zur Ewigkeit aufgemacht und da sprudelt Wasser. Wasser der Hoffnung. Wasser der Zuversicht. Wasser der Hilfe Gottes. Wasser, das uns innerlich nicht verdursten lässt, obwohl wir uns in einer Dürresituation befinden. So will Gott zum Quellgrund werden, mitten in der Dürre. Und Frühregen hüllt es in Segen. Das heißt, nach diesen Wochen und Monaten des Dürre heißen Sommers kommt der Frühregen. Die Krise findet ihr Ende. Gott greift ein. Gott hilft. Gott hilft durch. Gott segnet. Gott schenkt einen Ausweg. Gott schenkt Hilfe. Der Frühregen kommt im November. Nach der langen, monatelangen Dürrezeit. Da ist die Aussicht auf neuen Segen. Auf neues Leben. Auf neue Kraft. Der Frühregen kommt. Auf die, die Gott vertrauen im Tal der Dürre und durchhalten. Sie gehen von einer Kraft zur anderen, heißt es in Vers 8, und schauen den wahren Gott in Zion. Das ist eine Zusage und eine Erfahrung, die wir machen dürfen, wenn wir in der Not uns immer wieder neu auf Gott werfen und ihn für unsere Stärke halten, dass er uns neue Kraft gibt. Wir würden uns ja gerne wünschen, dass er uns so ein für alle Mal die Kraft gibt und dass wir morgen nicht wieder bitten müssten, sondern dass wir heute wie Popeye so ein Spinat essen und dann sind wir die Kraftmeier für Tage und Wochen und Monate und nichts kann uns umwerfen. Nein, nein, da steht, sie gehen von einer Kraft zur anderen. Das heißt, es geht immer wieder neu um diesen Prozess, bei Gott verankert zu gehen, ihn zu bitten, neu zu suchen, neu Hoffnung zu schöpfen, ihn zu suchen und dann wieder neue Kraft zu haben für den nächsten Tag oder für die neue Woche. Und dann wieder neu. Und so geht man dann erstaunlicherweise von einer Kraft zur anderen und überwindet eine Krise nach der anderen. Jeder erwachsene Mensch, der ein bisschen Lebenserfahrung hat, weiß ja, dass das Leben aus vielen Krisen besteht und aus vielen Punkten, die wir überwinden müssen. Und hier steht die Erfahrung und steht die Verheißung, sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Die Segnungen in der Tiefe sind nicht sehr beliebt, weil wir da an unsere Grenzen kommen, weil wir da verzagen. Aber wenn wir uns auf Gott werfen, dann werden die Segnungen in der Tiefe so Wirklichkeit, dass wir auf Gott schauen und dass unser Glaube wächst, unser Vertrauen größer wird, weil wir begreifen, er sitzt im Regiment. Er führt durch. Er führt final zum Beispiel auch durch den Tod, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Es gibt kein Problem mehr, auf das Gott nicht eine Antwort hätte. Selbst der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Und davor gibt es unendlich viele Dinge, die Gott überwindet, wenn wir mit ihm losgehen und Vertrauen fassen, mitten in der Dürre und wissen, es gibt da Quellgrund und es gibt neue Kraft und am Ende kommt sogar der Frühregen und die Dürre ist zu Ende. Herr Jesus Christus, wir wollen dir herzlich danken für diese starke Ermutigung heute im Psalm 84. Und jetzt bitte ich dich für mich und für uns, Herr, dass du uns die Demut gibst, deine Hilfe zu erbitten und zu erwarten und nicht auf uns zu sehen, nicht auf andere zu sehen, nicht auf die Umstände zu sehen und deswegen kopflos und hoffnungslos und verzweifelt zu werden. Herr, gib uns die Demut, deine Hilfe zu suchen, dein Angesicht zu suchen, alleine und mit anderen und so zu erfahren, was in diesem Psalm die Erfahrung und die Verheißung ist, wie wir es gelesen haben. So bitte ich dich, Herr, hilf uns, dich für unsere Stärke zu halten und so zu beten und dann so zu leben und zu handeln. Ich bitte dich für jeden von uns, der in der Tiefe sitzt, dass du hineinkommst mit deinem Licht, mit deiner Hoffnung und mit deiner Kraft und dass neue Wege möglich werden, weil du eingreifst, weil du unsere Hoffnung bist, weil du unsere Stärke und unsere Zuversicht bist. Darum bitte ich dich, Herr, für heute und für jeden Tag unseres Lebens. Hilf uns, dein Angesicht zu suchen. Amen. Vielleicht ist das jetzt auch eine gute Gelegenheit, ganz persönlich zu beten. Dazu lade ich dich ganz herzlich ein. Das war die Atempause vom 8. April, Sonntag. Wie durchhalten gelingt, nach Psalm 84, 1 bis 13. Morgen machen wir Fortsetzung. Geht's weiter mit der Atempause, mit dem Epheserbrief, Kapitel 1. Darauf freue ich mich schon und bis dahin, Gott segne dich und Gott behüte dich. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen.